Wir beginnen unsere Reise mit einem Gebäude in Istanbul, in der Türkei. Es ist nicht irgendein Haus, sondern eine vor vielen Jahren erbaute Kirche. Sie heißt Hagia Sophia. Das ist griechisch und bedeutet heilige Weisheit. Wer weiser ist, ist klug und meistens schon sehr alt, so wie Gott zum Beispiel. Und für ihn wurde diese Kirche gebaut. Die Menschen damals waren sehr gläubig. Deshalb wollten sie für ihren Gott eine prächtige Kirche bauen. Die Kuppel, sozusagen der Hut des Hauses, ist über und über mit Gold überzogen. So haben sich die Menschen nämlich das göttliche Himmelreich vorgestellt. Riesig und prachtvoll. Die Kuppel ist schon mehrmals wegen Erdbeben angestürzt. Sie wurde aber immer wieder aufgebaut. Heute hat die Kuppel 40 Fenster. Diese helfen das Gewicht der Bausteine besser zu verteilen und Risse zu vermeiden. Die Architekten wussten aber schon sehr genau, wie man ein so großes Gebäude baute. Immerhin war die Hagia Sophia tausend Jahre lang die größte Kirche der Christen. Wenn du dir die Außenansicht anschaust, kannst du dir das gut vorstellen. Und du kannst auch sehen, dass die Hagia Sophia sogar mehr als eine Kuppel hat. Als die Kirche gebaut wurde, hieß die Stadt noch nicht Istanbul, sondern Konstantinopel. Denn sie gehörte dem Kaiser Konstantin. Klingt logisch, oder? Diesem Konstantin gehörten viele Länder in Europa und Asien. Und Konstantinopel machte er zur Hauptstadt seines Reiches. Denn die Stadt liegt genau auf der Grenze zwischen Europa und Asien. Jeder, der von Europa nach Asien oder umgekehrt reisen wollte, musste durch Konstantinopel. Deshalb wurde um die Stadt auch immer wieder gestritten. Derjenige, dem die Stadt gerade gehörte, bestimmte auch die Religion der Stadt. Zur Zeit Konstantins war die Hagia Sophia eine christliche Kirche. Als später die Muslime die Stadt eroberten, wurde aus der Kirche eine Moschee. Heute, viele Jahre danach, heißt die Stadt Istanbul und die Menschen haben sich entschieden, aus der Hagia Sophia ein Museum für alle zu machen. Du oft warst sie immer geisteskirchen.